Tag 7 bei der Weltgymnastrada und hier an der Messe hat gerade schon die große Tauschbörse eröffnet für die Delegationsbekleidung, so dass man schon gar nicht mal wirklich erkennt, zu welcher Delegation die einzelnen Turnerinnen und Turner gehören, aber es kommt dadurch ein sehr internationaler Austausch an und was ja auch die Weltgymnastrada auszeichnet. Heute sind noch einige Vorführungen und danach der Workshop Teil am Samstag. Ihr seht jetzt noch einige Highlights von der Woche und danach melden wir uns wieder von der Abschlussveranstaltung heute Nachmittag aus dem Stadion Birkenwiese. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und auch euch ein bisschen mit meinen Worten durch die Woche zu begleiten. Ich hoffe, ihr kommt morgen alle gut nach Hause. Ihr hattet eine schöne Zeit hier. Und nach der Gymnastrada ist vor dem Turnfest. Ich hoffe, wir sehen uns alle in Leipzig 2021 wieder. Bis dann!